Musik Scholem Aleichem Dem 1. November 1984 ist geboren geworden der größere jüdische Schreiber, der Nister, von Dreym Pinchas Pini-Kohanovich. Geboren in Berditschew, Oter in Asach-Jurnarim, aber gestellt aufwürdigen Denkmal sein Geburtsstut, molndig sie mit alle Brotim in einem Raman dem Esspuche Maschper. Gestammt, Oter der Nister, von ein Sat von Lomdim und Mekubolem und von der andere Seite von proste Dorfsiden Harapaschnikis. Schreiben, Oterungoim Fri und Sandschaffung, hat sich entwickelt unter der Wirkung von Chsides, von der alte religiäser Hebräischer Kultur, von Kabule, mittelelterliche Legendes, aber auch von der russische und jüdische moderne Literatur, besonders von dem Symbolismus. Debutiert, Oter in 1907, mit abiechen Liedern, in Prose, Gedanken und Motiven. Wo ist auch gleich herausgeriefen, auf die Kuhigen der Literaturkritik? Wer ist er, der Verborgener? Ein Modernist? Zähne auf Schöra Künstler, welcher Sicht an Nenfer auf die komplizierte Frage von seiner Zeit? Und die Suchungen vertrugen mir in der Welt von Fantastik, wo es ist voll mit Legendes und Meises, weit von dem realen Leben. Besonders fruchtbar ist der Schreiber in der Zeit von der also gerufenen Kiewerperiode. In der Zwanziger lebte er in Moskwe, verbringte er gewisse Zeit in der jüdischen Kinderkolonie Malachowke, der noch verloste Russland und wohnte in Berlin und Hamburg. In des Off-Zwanziger kehrte er sich im Kien Russland, bei Setzichen Charkov, wo in 1929 geht er euch noch ein Sammlung von seine Werk, von meine Giter, wo er schildert halbmystische, halbnevische Gestalten, welche spiegeln ob dem nahen Gang von der Menschheit zu Schein, zu Gerechtigkeit, zum sozialen Joischer. Das Buch von meiner Giter ruft er euch eine scharfe Kritik mit beschuldig dem Schreiber in Mystizism und nationaler Begrenetzkeit. Der Nister hat schwer übergelebt die Unfall. Beim Mune von der Zweiter Weltmalchome hat er sich evakuiert in Tashkent in ungeschrieben Arrei Melchome der Zählungen, welche seinen Arrayen in seine Bücher Karbunes, Eshel, Anscheles und andere. Sich imgekehrt von der Evakuatze hat der Nister sich besetzt in Moskwe und Mamschich gewöhnt zu arbeiten über die weiter dicke Tellen von dem Roman Mischpuche Maschber. Die Exekuzie über der idischer Kultur so 40er hat ihm euch nicht durchgemitten. Er wird arrestiert und verschickt im Gulag. Lui, die Karge dies ist der Nister imgekemen in Jahr 2015. 50er. Musik Untertitelung des ZDF, 2020